Versuch Nummer 5 ist am Start Todesbote. Nice, Sven! Also die anderen vier Versuche kommen in den nächsten Tagen und so weiter. Das ist jetzt ein bisschen durcheinander. Morgen kommt die neue Map. Die kriegen wir jetzt schon. Dann kommt die anderen Versuche, wo wir versucht haben, den Killer zu kriegen. Jetzt kommt der Todesbote. Ich hab mega Bock. Ich auch. Vor allem, weil ich den Chat prediktet hab. Oh, die neue Map! Alle anderen Folgen kommen, die anderen Tage dann. Komm so nach und nach. Geil. Scheiße, auf die anderen Folgen. Ja, weil Sven muss die schneiden, deswegen sage ich das. Das ist gar nicht wahr. Doch. Ich bin arbeiten. Du bist nie arbeiten. Und auch. Du machst immer den Bernd. Nö, 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 nö. Ich war in Trier, was dann hängt er in Luxemburg ab mit seinem Weinchen dort. Ja, hab jetzt den ganzen Alkohol da. Und der ist sowieso, glaub ich, wieder zu Hause, weil er schlecht Wetter hat. Echt? Ja, ich glaub, da... Irgendwie war das schlecht Wetter. Oh, ich hab ein paar Brutenschuss gehört, Minion. Mhm. Ich glaub ich überwärts. Irgendwie hat er mir auf jeden Fall bis zur Stelle was geschickt wegen schlecht Wetter. Ja, ne, bist du das? Ne, wir haben das Schwein, da! Oh, fick dich doch, ey! Dafür darfst du heute nicht auf meinen Hintern hauen. Ich brauchte eine Genehmigung nicht. Oh, hinter uns war glaub ich glaub ich hab was gejagt. Findest du? Ja. Ja. nur erst mal ein schaden oder einmal schießen und dann nachzuladen so kann ich ja tatsächlich aber es hat trotzdem folge geht erst wenn er zu sich hinziehen kann um mitte der map wieder hingehängt der komplexität kommt zu uns da kommt zu uns genau dahin kommt genau dahin ja der krieg voll panik verkackt den candy ich hab halt nicht mehr darauf geachtet ich bin jetzt voll weg gerannt weil ich dachte der ist hier in gut ich bin um die Ecke daran wissen was er ist wenn der Weg weil es Angst d'Auf und wir werden ja mal was bei mir abkürzten und die kommen dann alle in der nächsten Zeit mit dbd also einmal die Woche für die Füße bleiben für die Leute einmal die Woche auf jeden Fall ein Video aktuell mehr so die Regel mindestens weil denn es kommt so viel Stuff da gibt es nicht im Bonus Material die Folge mein Arsch ist so mit Sperm voll weißt du das ist schon nicht verfeiert meine Regelung hast du befolgt das heißt so schnell ist der andere aber rainbow schnell ist wenn wir das mal wie immer ja was krieg ich denn also mal also ab morgen täglich ich habe barbecue barbecue da hätte ich jetzt mega bock zu wir machen gerne wir machen gerne ich laufe neben dem Kreis ich laufe neben dem Kreis wenn ach du scheiße ich komme zu dir ich komme zu dir ich habe gerne gemacht ich komme zu dir da kommt zu euch ach du scheiße er kommt genau da wo du bist er geht jetzt in die Mitte er in die Ausbildung nach nachdem mann was geht ab nach kann man nach dem 1 gemacht was auch immer ein nackter Mann kann hier kommt ein Weg das aufwärts ich kann ihn auch was nachdem man dreht um Ok, also genau da wohin läuft es sind zwei Leute. Ja! Oh! Nackter Mann! Ist der Gann auf dem Dach schon fertig oder ist diesmal keiner? Äh, da ist einer, aber der ist noch nicht gemacht. Ok, dann werde ich da jetzt hin. Na Leute, was geht denn? Ich finde, wie sieht mich tot aus. Aber die Runde läuft auch, ich mag das ja alles ziemlich gerne. Also die anderen Runden werden sie mir schlimm, muss ich jetzt schon mal sagen. Was, ich bin jetzt oben? Ich will meinen Akten mahnen. Ah, ok. Also da bei der Leiche. Bei der Leiche? Also am Stricker. Ach, da ist sie nicht. Bist du beim hier Salud? Ja. Ich guck grad, wie der andere gejagt wird. Hehehe. Hehehe. Wenn was ich dir meine, dass die nicht zu fressen wird. Ok, er hat Hasen gekriegt. Bis dann. Sorry. Ich hab auf den Salud geguckt. Oh nice. Meiner ist... Ficken! Ficken! Meiner ist zur Hälfte fertig. Mach! Du musst dir machen Sven. Ah, verkackt Junge, weißt du? Nicht mit El Capucino Yannick. Sven, kannst du mich einmal heilen? Wo bist du denn? Ähm, da wo du grad warst, auf der anderen Seite der Straße. Warte. Warte. Also quasi... Lass uns mal bei den Geisel, äh, bei den Tierstrick treffen, okay? Der verletzt du musst in dir kommen. Komm, alles gleich macht den Gainaut auch weiter. Ne. Ja, okay, bist du oben? Ah, okay. Ne, lass uns dann nach dem Mann. Ja, jetzt bin ich oben bei dem... Okay, ich bin nur bei dir. Ich bin nur bei dir. Beziehungsweise, ich bin nur unter dir. Oh, okay, da kommt. Oh, okay, da kommt! Okay, da kommt! Ich bin das. Ich bin auch nicht hier. Oha! Warte. Kommt der? Ich heil dich jetzt einfach mal aus Prinzip. Okay. Der Steppe fetzt sich dadurch. Ah, okay. Dann müssen wir das hier gerne schnell fertig machen. Der ist zur Hälfte fertig. Okay. Und dann abholen, weil die anderen halten nicht mehr lang aus. Die können nicht mehr alles einstecken, Sven. Okay, okay. Vollgas Minion. Vollgas! Herbert kommt gleich. Herbert! Herbert kommt dann! Ne, Herbert kann man sich um den anderen verletzen. Scheiben. Oh! Sag, auf. da denke ich es sind und in so 99 Prozent auf jeden Fall mal ich nicht weil Hebet hat einfach geschossen ja Lois da mal Rikardos Pilipali kann ich die noch retten ne der ist tot ich habe den Mord beobachtet das ist der Weg die beobachtet habe ich stand direkt daneben ich bin hier genau über ihn er kommt zum anderen das heißt ich mache jetzt auf ok ich renne auch zu dir komm 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 das ist einfach so ein Schlager als Steckenswind damit ich weiter aufmachen kann ja ok ok der andere ist schon abgehauen hast du Schlüssel gehabt für den Ausgang ist auf komm er kommt er kommt er kommt gar nicht wo ist denn her Hä Junge ich habe Medipack eingesammelt wo ist denn Junge hey Sven weil du nicht schneidest ne dann batz batz hehehehe oh da kommt er da da ist er da oh ja gut er kann mir einen Schlag versetzen wa oh Gott er kann mir nur einen Schlag versetzen Sven das ist gut ja geschlagen er kann ich geschlagen verfolgen er hat mich geschlagen er hätte ich ich sehr schön sein das ist ein Tränken so ein bisschen Ehrenmann das ist ein ich habe dafür ich habe ich habe das Punkt dafür gekriegt ich bin 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 das du die noch dadurch punkte geben dass er echt ein geiles auch jeder kriegt ein Like auf eine geile Runde in den nächsten Tagen kommen nicht so geile Runden wo würde mich mehr aufregen ja aber ich hoffe ihr habt es trotzdem genauso viel Spaß wie ich nämlich 5 Sterne und lass uns einen Like da wenn es euch gefallen hat das ein Abo da ein Glock aktivieren je nachdem wie sehr ist euch gefallen ja wir machen sehr viel geiles Stuff muss man einfach so sagen bis zum nächsten Mal haut rein ciao Tschüss Tschüss